Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wollen wir vielleicht irgendwo was trinken gehen? Hier liegt irgendwie sowas Besonderes in der Luft. Alles ist in Veränderung. In der Musik, der Kunst, der Fotografie. Und Jimmy ist Teil davon. Und denen kann ich live kein einziges anbieten. Ein Junge, der betrunken vor einem Bierglas sitzt. Ist das dein Idol einer neuen Bewegung? Mr. Warner steht voll in den Dingen, Jimmy. John Barrymore, Douglas Fairbanks, Cagney. Die folgten gewissen Regeln. Wenn Sie ein Star sind, dann können Sie sich mit Freunden treffen. Wir müssen durchhalten. Nur noch ein paar Wochen. Atme ganz ruhig und lächle. Was auch immer es Ihnen wird, es wird kein Zufall sein. Ich gehe komplett in meinen Rollen auf. Das ist meine Leidenschaft. Und mit dieser andere Scheiße. Er ist unzuverlässig, er weicht mir aus. Er ist ein Künstler. Ich bin ebenfalls ein Künstler, John. Was gibt's denn? Komm runter, lass uns abhauen. Man muss mal fünf gerade sein lassen. Mein Gott, Jimmy, du bist wirklich hier aufgewachsen? Jimmy! Jimmy! Es ist wirklich schön, dich wieder hier zu haben. Wir sind sehr stolz auf dich. Ich kann ja schlecht mit leeren Händen zurückkommen. Denkst du bei Leif könnten Ihre Meinung ändern? Ich habe mich echt auf die Fotos gefreut, dass Leif dazu Ja sagt. Vielleicht liegt ein Problem darin, dass du hergekommen bist und meintest, ich sei das Thema deines Ausflugs. Es ändert sich alles so schnell. Jeder will eine bleibende Erinnerung. Die Fotografie ist dafür bestens geeignet. Ich war dabei, du warst dabei. Ein Symbol der Hoffnung.